Kunst gegen Bares Eine Sache, die ich an der Stelle ganz gerne erwähne, ist, in diesen acht Minuten haben wir wirklich keine Kontrolle darüber, was die Künstlerin oder der Künstler sagt. Jetzt ist es so, dass ab und zu mal Leute im Publikum davon so ein kleines bisschen angefasst sind. Wir sind hier so ein Meinungsfreiheitsding. Natürlich kann man hier nicht irgendwie zu illegalen Aktionen oder sowas aufrufen, da würden wir dann noch einschreiten. Aber gerade bei Textbeiträgen ist es so, wir haben es nicht im Griff. Wir verlassen uns auf Sie, dass Sie den notwendigen Sachverstand und auch die notwendige, wie sage ich das jetzt freundlich, also dass Sie nicht einfach ausrasten, wenn Sie irgendwas hören, was Ihnen nicht sofort gefällt. Sie haben dafür in der Pause gerne Zeit, die Künstlerinnen und Künstler darauf anzusprechen. Oder wenn Sie die Oscars verfolgt haben, kommen Sie einfach auf die Bühne. Lingen Sie Ihren Unmut irgendwie zum Ausdruck, aber wir haben damit einfach nichts zu tun. Und manche Künstler probieren sich hier auch ganz gerne aus. Insbesondere bei Sprachbeiträgen ist das so.